Hallo ihr Lieben, es scheint die Sonne und ich will natürlich wieder raus. Heute nehme ich euch mit und lasst euch überraschen. Im Übrigen, ich habe mir mal eine neue Brille gewöhnt, eine mit breiten Bügeln, weil diese Goggles mag ich nicht. Das ist mir einfach too much. Und mit dieser Brille ist es mir möglich, auch auf schnellen Fahrten, wo der Wind richtig in die Augen zieht, ohne Tränen durch den Tränen zu kommen. Macht natürlich wesentlich mehr Spaß und von daher fühlt sich gut an, schließt ab, ist super und perfekt. Also wer keine Goggeln möchte, sucht sich einfach so ein nettes Gestell. In diesem Sinne. Bis dahin. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! Juhu!